Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Gas Station Simulator und ich habe ein bisschen aufgeräumt. Nicht sehr viel, ich durfte nicht sehr viel aufräumen, aber ich würde sagen, wir öffnen die Tanke, oder? Also, Tankstelle, los! Oh yeah! Eröffnung der Tankstelle. Du kannst die Tankstelle jederzeit öffnen, schließen. Nürze die freie Zeit, um die Tankstelle zu organisieren oder andere Aktivitäten zu erledigen. Rechts neben dem Hebel befindet sich eine Taste, die den Verkehr wieder in Gang setzt. Aha. Jawohl. Äh, was? Nicht mehr Kraftstoff, du hast eine neue Mail. Oh, Mist. Ich habe also doch nicht unendlich Benzin. Ähm. Bestellen. Da die Werkstatt und das Lagerhaus in Drömmen liegen, kannst du vorerst nur Kraftstoff bestellen. Der Reiter dafür erheißt Lieferung. Einfach, oder? Fühlen du sich frei, die Vorräte in aller Ruhe aufzufüllen? Ich habe die Kosten selbst getragen, wie ich schon sagte. Bin ich hier, um mehr zu tun, als nur ein gutes Wort einzulegen und einmal im Monat ein Gebet zu schicken. Betrachten du meine Hilfe als eine familienfreundliche Investition? Ich erwarte große Dinge von Ihnen. Ähm, ja. Oh. Ähm. Lieferung. Kraftstoff. Äh. Du bestellst, was? Du bestellst umfassend weniger als 100 Einhalten. Ach so. Ähm. Die Bestellung wurde reduziert um der verfügbaren Kapazität. Aha. Okay. Also 200 Liter kann ich bestellen. Ja, bestellen. Aufgabe erledigt. Errungenschaft freigeschalten. Cool order it. Und. Kunde an Kraftstoff. Wow, wow, wow. Yo, hey. Guten Tag. Kaufe Kraftstoff. Ähm. Ähm. Sorry, bin blank. Äh. Sorry, Madame. Ähm. Es dauert noch ein bisschen. Es tut mir herzlich leid. Ähm. Uns ist einfach irgendwie der Benzin ausgegangen. Weiß nicht wieso. Wirklich herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank, dass Sie noch warten. Ähm. Mach schneller, Mann. Gib Gas. Komm schon. Ich hab hier Kunden, Mensch. Alter, was ist das für eine Kiste? Komm schon. Schneller. Aufgabe. Teste deine Fähigkeit im Amakad spielen, während du auf den nächsten Shop wartest. Hinweis. Öffne die Registrierkarte, was? Leaderboard auf dem PC, um deinen Punktestand mit anderen Spielern auf der ganzen Welt zu vergleichen. Ja. Hier rein. Hier rein. Ja. 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 Sehr gut. Yo. Wer bist denn du? Wow. Ähm. Grüß dich. Äh. Okay, du bist ab jetzt Igor. Weiß ich nicht, wie du heißt. Ähm. Habe ich jetzt schon Diesel, Benzin oder was auch immer? Kraftstofflieferung. Neben der Tankstelle. Moment. Ich muss selbst. Alles muss man hier selbst machen. So. Okay. Padam. Es tut mir herzlichst leid. Ich weiß, sie sind jetzt sicher ziemlich wütend, aber ich mach sofort voll. Äh. Irgendwie. Ah. Gemütlich. Ah. Shift drücken. Sorry. Naja, sie hat länger warten müssen. Da ist ja besser, wenn ein bisschen mehr drin ist. So. Wie schaut's hier aus? Ciao, Igor. Soll ich zu den Markad-Automaten, ne? Da wird mir wohl niemand was klauen, oder? Äh. Dann geh mal zu dem Akad-Automaten. So. Endlich ne Runde zacken. Ha, ha. Oh. Herzlich. Autorennen. Ha, ha. Zum Bewegen. Zum Springen. Okay. Durchfahre alle Kontrollpunkte in der angegebenen Reihenfolge. Beende das Rennen unter 1,15, um 20 Dollar Belohnung zu erhalten. Okay. Wow. Wow. Okay. Okay. Uh. Der ist aber ganz schön schwer zu lenken. Hui. Nicht hüpfen. Huhu. Was ich? Was ich sagte? Oh. Wo geht's denn hier lang? Au, au. Hui. Okay, ich dachte, jetzt heb der ab. Hat er nicht. Aber hier. Wow. Nein, ich hink fest. Du schaffst doch nie die 1,15, Mann. Hui. Es wird nix, Leute. So wirst recht nicht. Alter, wie viele sind denn da noch? Nein. Habe ich da gerade die Klappeschlange gehört? Ja. Warten wir nochmal. Kommt. Ich will die 1,15. Weiß ich ja wenigstens die Strecke. Oh, Kunte. Ah ja. Der wird schon warten. Vielleicht. Wenn nicht, dann ist es halt so. Und ich habe schon wieder eine Mail. Ey. Der Onkel hat eindeutig gelogen. Er sagt, er meldet sich hin und wieder. Er schreibt, er schreibt häufiger als meine Freundin. die mich natürlich verlassen hat, als ich ihr sagte, ähm, ich, äh, ja, ich will am Arsch der Welt eine Tankstelle aufmachen. Die hat mich einfach ausgelacht und ist gegangen. Weiß nicht wieso. Alter. Das wird nix. Das wird was. Das wird nix. Das wird was. Das wird nix. Das wird was. Puh. Okay. 20 Dollar gewonnen. Geil. So. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Zaftpistole während der Kunde wartet. Der Tankdeckel wird visuell umrissen. Betanke das Fahrzeug durch Interaktion mit dem Tankdeckel. Die linke Umschalttaste erhöht die Tankgeschwindigkeit. Treffe das Ziel, um bezahlt zu werden. Trinke halt, wenn wirklich nahe am Ziel. Ah, okay. All verstanden. Tanken. Greife die Zaftpistole während der Kunde wartet. Der Tankdeckel wird visuell umrissen. Blablabla. Ja, ja, ja. Tank doch schon. Hallo. Ich schulde dir was. Ja, kein Problem, Mädel. Gut. Tanken muss ich noch lernen. Ähm. Kaufe einen Müllsack und nehme ihn in die Hand. Klar. Mail. Tanken. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das schreibe, aber hier sind wir. Da ich nicht viel Zeit habe, werde ich mich kurz fassen. Tanken ist eine Haupttätigkeit, um Geld zu verdienen. Jeder Kunde erwartet eine bestimmte Menge an Kraftstoff. Überfülle den Tank und du verlierst den Überschuss. Je präziser du bist, desto höher ist die Chance, Trinkgeld zu bekommen. Wenn der Kunde viel Kraftstoff möchte, kann die Bombe durchhalten der Schifftaste in einen beschleunigten Modus gesetzt werden, um den Tanks schneller zu füllen. Hä-hä. Klar. Hab ich verstanden, Onkel. Äh, da kommt grad keiner, oder? Werkzeuge. Müllsack. Müllsack gekauft. Perfekt. Jetzt? Kaufe einen Müllsack. Guten Tag. Die Dame. Was darf's denn sein? Einmal voll? Ja, entschie... Hast du dich jetzt entschieden? Ups. Das war ein bisschen weniger, sorry. Ja, hab auch einen schönen Tag. Äh, und nehmen in die Hand. Alles klar. Müllsack in die Hand. Mit einem Müllsack in der Hand kannst du Kleinabfälle aufnehmen und Müllsäcke in Mülleimer ersetzen. Größere Abfälle, wie Gerümpel oder gefüllte Müllsäcke, müssen in Containern im Freien untergebracht werden. Müllabfuhr muss über den PC bestellt werden. Wenn du die Mülltonnen lange Zeit stehen lässt, fangen sie an zu stinken und entmutigen die Kunden. Hä? Dann schaut so aus wie da drin. Okay. Kann ich die auch da reinhauen? Oh, geil. Hätte ich vorher wissen sollen. Danke. Jetzt wäre das, was eigentlich besser gewesen wäre, wenn es gleich am Anfang gekommen wäre. Okay. Komm schon. Speed. Ah, und er macht es auch gleich zu Säcken. Ja, perfekt. Was haben wir hier noch? Was müfft hier noch? Die Kasse müffelt sowieso. Da ist ein Sack. Da ist ein Sack. Ahem. Guten Tag. Die Dame. Was darf es denn sein? Haben sie? Gut. Hey. Auch schon kein Mist. Vielleicht. Ähm. So. Ja, und Entschuldigung, dass es noch ein bisschen dreckig hier aussieht. Ich bin gerade am Aufräumen. Ja, so nett. Oh, jetzt darf ich die auch endlich entsorgen. Geil. Jetzt sind sie nicht mehr Teko. So. Kaufe einen Besen, nehme ihn in die Hand mit Tab und halte, um den Boden zu fegen. Ja, Alter. Jetzt erst einmal hier ein bisschen aufräumen, ey. Die Bude ist ranzig wie nichts anderes. So eine richtige Ranzbude, ey. Ein Einkaufswagen. Ja, klar. Weg damit. Was haben wir hier? Eine alte Werkstatt. Ja, komm. Weg damit. Also, wenn es wirklich so weit ist, kaufe ich neu. Die Bude wird irgendwann. Kommst du da raus erst. So, der Hocker. Meine Kraft hat mich wieder mal verlassen. Müllsäcke. Wir müssen in den Abfall. Langsam ist der Container. Oh, ähm. Ja, Officer. Was kann ich für Sie tun? Ja? Natürlich. Einmal voll. Und? Wie war die Arbeit? Irgendwann verbrechermäßig geschnappt oder so? Nichts? Na gut, okay. Alles klar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiederschauen, Officer. Zur Polizei muss man immer sehr freundlich sein. Die können euch verknacken, wenn ihr unfreundlich seid. Oh Gott, wir hatten hier gepennt. Boah. Die müffelt echt. Wuh. Gehst du da rein? Danke. Ja, ich kaufe mir gleich einen Besen. Schaut mal die ganzen Schmutz an. Ich muss zuerst den Schmutz hier entsorgen. So. Kein Kunde in sich. Das ist immer schön. Das heißt, ich habe Freizeit. Obwohl es ja schlecht ist. Naja, ihr wisst, wie ich es meine. So. Das Regal. Ja, das ist ziemlich kranzig. Ja, ja. Warum habe ich eigentlich schon wieder eine Mail? Was tut eigentlich hier eine Autotür? Ja. Mal kurz schauen. Ich habe es ja gerochen, dass gleich ein Kunde kommt. Ein Moment. Ah, dich behalte ich mal. Guten Tag, die Dame. Was darf es sein? Alles klar. Ich mache. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wiederschauen. Müsste ich die nicht anders entsorgen? Die könnten doch in die Luft gehen, oder? Ja, egal. So, wie schaut es denn hier aus? Ey, überall nur Müll. Moment. So, mal schauen. Wie geht? Kann ich da noch so ein bisschen anderen Müll? Oh. Cool. Äh, äh. Wie soll ich denn da hinkommen, Mensch? Komm nicht da hin. Was haben wir hier? Kann ich nicht. Alles klar. Äh. Ihr werdet schon sehen. Irgendwann wird die Tanke richtig cool aussehen. Dann werden wir auch weniger Arbeit haben. Dann wird das auch hinhauen. So. Ich glaub. Hol mal. So eine Müllentzorgung. Was auch immer. Einen Müllwagen. Das ist mir verkackert. Jetzt geht er hoch. Die Donne. Die Kamera. Passt. Kunt ein Grabstoff. Ja. Entschuldigung. Was darf es denn sein? Da wird er. Ja. Ja. Ja, natürlich. Habt nur den besten Grafischstoff. Werden Sie schon sehen. Jo. Schönen Abend noch. So. Du bist stressig, Herr St. Mail. Wiegen. Staub. Ähnlich wie Sand. Und in deinem Fall sind die beiden praktisch gleich. Kommt überall rein und man scheint nie los zu werden. Nun. Ich bin sicher, dass es dir bereits aufgefallen und trifft auf die ganze Tankstelle zu. Drinnen und draußen. Du bist in der Wüste. Das und die Tatsache, dass du es mit Kunden zu tun haben wirst, die unterschiedliche Manieren haben. Mit anderen Worte. Halte den Böden sauber. Wenn du drinnen bist, achte darauf, wie sauber der Boden ist. Links oben auf deinem Bildschirm. Wenn der dreckig ist, werden es die Kunden nicht mögen. Es ist gut möglich, dass einige die Tankstelle gleich wieder verlassen, ohne einen Cent dargelassen zu haben. Roter Zustand bedeutet viel Dreck. Du kannst deine Dräuenbesen benutzen, um die Böden sauber und glänzend zu halten. Holte den Besen aus dem Inventar und fange an zu kehren. Ja. Kunden? Nein. Werkzeuge. Besen. Besen gekauft. Ja, ja. Besen. In der linken oberen Ecke wird der Verschmutzungsstatus angezeigt. Ja, ich bin ziemlich in der Mitte. Aha. Um die Fußabdrücke, Farbflecken und anderen Schmutz vom Boden zu entfernen. Wenn du dich nicht um die Sauberkeit kümmerst, werden die Kunden nicht mehr einkaufen. Das wäre schlecht. Oh. Der Herr Officer. Ja, ja. Hab's kapiert. Ähm. W- Guten Tag, der Herr Officer. Na? Wie war die Arbeit? Schon wen geschnappt? Wen ermordet? Wen gekillt? Wen verhaftet? Nicht sehr gesprächig, der Herr Officer. Naja. Dankeschön. Schöne Fahrt noch und gutes Gelingen und lassen Sie sich nicht erschießen. Ich brauche Kunden. So. Ich brauche einen Besen. Ja. Habe ich schon gelesen. Hat sich gereimt. Ich fege für mein Leben gern. Du da. Du da. Ist das auch in Schnellmodus? Das ist ein bisschen lahm. Aber okay. Was wollte ich gern? Ah ja, genau. Müllabfuhr. War mal das Nächstes. Die muss ich ja auch bestellen können, oder? Kann ich die bezahlen? Ja. Ja. 339 Dollar. Ja. Sollte machbar sein. So. La 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 la. So ganz grün ist die aber noch nicht. Ah. Hier. Hier. Ja. Oh yeah. Guten Tag. Was darf es denn sein, Magmuselle? Aha. Äh ja. Natürlich. Einmal tanken. Have a nice day. Goodbye. So. Äh. Da habe ich noch Müll. Also hin und wieder bin ich ganz schön schwach auf der Brust. Muss ich schon zugeben. Also. Und hin und wieder treffe ich nichts. Jetzt wirft das Teil. So. Passt. Und ich habe schon wieder eine neue Mail. Alter. Onkel. Hör auf zu nerven. So. Okay. So. Mail. Müllzyklus. Ich scheine mich etwas zu kurz gefasst zu haben. Es gibt noch ein anderes Thema, das ich ansprechen sollte. Damit dein Etablissement nicht zu einem Schrottplatzabstatt einer Tankstelle wird. Ich versuche es kurz zu halten. Kleiner Müll kommt in den Müllcontainer oder in irgendeinen Mülleimerkorb. Müllsäcke erfüllen sich und müssen in den großen Container entsorgt werden. Früher oder später musst du dorthin gehen. Der Container leert sich nicht von selbst. Ich stelle die Müller vor über den Reiter Müll am PC. Und ich fühle mich angewidert, dies überhaupt schreiben zu müssen. Aber vergesse nicht, sich ständig um den Müll zu kümmern. Sonst wird der Gestank die Kunden verschrecken. Äh. Kein Problem. Ja. Oh. Herr Officer. Wieder hier? Na? Wollen wir niemanden erschossen? Ah, sie sind gerade bei einer Verfolgungsjagd. Ja, kein Problem dann. Abmarsch. So. Einmal Müll. Müllabfuhr. Was kostet die? Ereignis Dennis. Das ist er. Dennis wird gelegentlich auf der Tankstelle erscheinen und Graffiti an die Wände malen. Verscheuche ihn, indem du Gegenstände nach hinten wirfst. Im Verlauf des Spiels werden neue Ereignisse erscheinen. Sie können Ding. Okay. Dennis. Ja, was? Wo bist du, du kleiner? Schlag dich mit der Matratze. Komm her. Wie gesagt, er soll voll nervig sein. Okay, er haut ab. Und aus dem Grund habe ich ihn ausgeschaltet. Aber als Beispiel. Das ist, glaube ich, noch harmlos. Einen Kackhaufen. Irgendwo hat er noch was anderes drauf gemalt. Ganz sicher sogar. Ja. Wartet, gleich habe ich es. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, passt schon. Ja, endlich kommt ihm mal ab. Er wird auch langsam Zeit, ey. So. Ja, ich weiß. Muss ich noch säubern? Ich habe noch keine Ahnung wie, aber ist schon okay. Da tun wir die Bretter weg. Oh. Ähm. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, es war hier gerade so ein kleiner Röpel. Sorry. Den muss ich zuerst vertreiben. Schöne Fahrt noch. Adieu. Ach. Hier auch. Fuck you, Dennis. Das hat er nicht mitgenommen. Na ja, da kommen wir es halt nochmal rein. So. Ich habe wenigstens den Container getroffen. mehr als erwartet war. Okay, das war wieder peinlich. Ähm. Alter, Onkel. Ehrlich. Was soll ich denn mit deinen ganzen Mails? Das ist ja nicht normale. Bin zu blöd, um den Reifen wegzuwerfen. Ah. Ja, ja. So. Was gibt es denn, Onkel? Dennis. Ich habe erst was vergessen, aber da gibt es etwas, über das ich dir schreiben muss. Ich meine, mich zu erinnern, dass die Kinder eines Mitarbeiters unserer Bauunternehmers nicht weit von hier leben. Angeblich hat der Bangle die Ruine, die du gekauft hast, als ein Revier markiert. Du weißt ja, wie Kinder sein können, wenn man ihnen ihr Spielzeug wegnimmt. Wenn du ihm begegnest, könnte er dir Ärger machen. Ich erwarte von so einem Kind nicht viel mehr, als bestenfalls Obszenalitäten an die Wände zu malen. Aber wenn du ihn loswerden möchtest, dann schmeiß einfach etwas in seine Richtung. Ja, ich bin zu einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Das ganze Geschwätz über stressfreie Erziehung ist ehrlich gesagt nur Unfug. Wenn das Leben dir nicht früh beibringt, härter zu werden, endest du als eine weitere Schneeflocke. Außerdem, wie ich schon sagte, bist du mitten in der Wüste. Niemand wird mit der Wimper zucken. Nur werfen. Keine ganzen Benzinkanistern nach ihm. Vielleicht die Milde. Sieht aus, als ob du an deinen Zielen arbeiten musst. Ich bin vor einer Weile an der Tankstelle vorbeigefahren und es sieht so aus, als ob der Bangle tatsächlich dort sein Unwissen treibt. Die Wände sind ein klares Indiz. Jetzt ist es an der Zeit, wie ein echter Besitzer zu handeln und sich darum zu kümmern. Die Farbe hätte eh aufgefrischt werden müssen, nicht wahr? Wenn du Wände selbst streichst, achte darauf, dass du es mit Gefühl machst. Drücke den Pinsel zu schwach und du wirst kaum etwas an der Wand lassen. Drückst du zu stark und die Farbe wird planlos aufgelegt. Du findest dich mitten in der Wüste. Wind und Staub vor den Ehren Tribut. Du wirst die Farbe ab und zu neu auftragen müssen. Klar. Entschuldigung. Yo. Ich, sorry, aber mein Onkel. Er schreibt mir alle fünf Minuten eine Mail. Ich wünsche Ihnen eine schöne Fahrt. So. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es für heute. Morgen geht es weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Ciao. Ciao.